Willkommen zu diesem vorerst letzten Teil unserer Reihe bei ProTen, die 10 besten WWE-Matches eines 5-Jahres-Zeitraums heute 2015 bis 2020. Wir starten mit der 10, Nakamura gegen Sami Zayn bei NXT TakeOver Dallas. Dieses Match bei TakeOver Dallas war ein Knaller und das beste Match von Nakamura bei WWE. Das perfekte Debüt, hinein in die NXT-Landschaft, Kinshasa gegen Helluva Kick, schließlich siegte der Kinshasa und bescherte Nakamura seinen ersten Sieg. Dieses Match zeigte jedem, der noch nicht von Nakamura gehört hatte, wozu dieser japanische Superstar fähig ist. Nakamura's Strong-Style harmonierte perfekt mit Zaynes Lucha Libre-Stil und sorgte für eine actionreiche und agile Darbietung. Was dieses Match wirklich bemerkenswert macht, ist, dass es, wie Zayn später bestätigte, komplett improvisiert und ohne vorheriges Training abgehalten wurde. Das zeigt, wie unglaublich talentiert beide Wrestler sind und was sie leisten können, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. 9. Fastlane 2016 Roman Reigns gegen Dean Ambrose gegen Brock Lesnar. Dieses Triple Threat-Match bei Fastlane bestimmte den Herausforderer für die WWE Championship bei WrestleMania 32. Reigns, Ambrose, Lesnar. Sie lieferten den Fans eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Das Ergebnis war eigentlich vorher klar, aber die Psychologie hinter dem Match war stimmig. Die beiden Real-Life-Freunde Ambrose und Reigns zeigten eine starke Innenring-Chemie. Lesnars späte Rückkehr als wütender Monster-Heal war ein besonderer Höhepunkt. Wrestling Observer-Bewertung 4,5 Sterne. 8. Dorf Segler gegen The Miz. Titel gegen Karriere bei No Mercy 2016. Der Hollywood-A-Lister The Miz gegen den frustrierten Herausforderer Dorf Segler. Es ging um die Intercontinental Championship und die Karriere von Dorf Segler. Title vs. Korea. Am Ende triumphierte Segler in einem Match, das zweifellos zu den Besten seiner Karriere zählt. Die Geschichte zwischen diesen beiden fesselte die Zuschauer und hob es auf ein ganz besonderes Niveau. Der Wrestling Observer gab 4,5 Sterne. 7. Daniel Bryan gegen Brock Lesnar Survivor Series 2018. Kleinere Wrestler scheinen Brock Lesnar zu motivieren, sein bestes Wrestling zu zeigen. Bryan, der typische Underdog, geriet früh im Match in die Defensive. Doch durch seine Ausdauer und Cleverness kämpfte er sich zurück und schien kurz vor dem Sieg zu stehen. Lesnars unglaubliche Kraft und Stärke machte jedoch den Unterschied, als er sich aus dem Triangle-Choke befreite und Bryan mit einem F5 besiegen konnte. Dieses Match zeigt, dass Brock Lesnar absolut fesselnde Klassiker abliefern kann, wenn er die Motivation dazu hat. Das ist noch immer so. Wrestling Observer Bewertung 4,5 Sterne. 6. AJ Styles gegen John Cena beim Royal Rumble 2017. Hier stand für Cena viel auf dem Spiel. Er wollte Ric Flares Rekord von 16 World Championships einstellen. Dieses Match gegen AJ Styles um die WWE Championship war eines der besten Matches dieser Championship-Geschichte. Cena brachte seinen AA vom Top-Rope ins Spiel, was ein perfektes Ende für sein Streben nach dem WWE Champion-Titel gewesen wäre. Doch Styles gab nicht auf. Beide zeigten unglaubliche Leistungen in einem Instant-Klassik. Cena gewann schließlich und zog mit 16 World Championships mit Ric Flair gleich. 4,75 Sterne vom Wrestling Observer. 5. AJ Styles gegen Daniel Bryan von TLC 2018. Daniel Bryan kehrte 2018 nach einer verletzungsbedingten Pause zurück und hatte nichts von seiner Form verloren. Er gewann den Titel von AJ Styles, trat bei TLC zu einem Rückmatch an. Styles und Bryan gehören zu den besten Wrestlern ihrer Generation und so war es keine Überraschung, dass das Match spektakulär wurde. Der Wrestling Observer gab wenig überraschend 4,75 Sterne. 4. Charlotte Flair gegen Becky Lynch, Last Woman Standing bei WWE Evolution. Ein großes Aufeinandertreffen von zwei der besten weiblichen Wrestlerinnen aller Zeiten. Sie nutzten sämtliche Waffen und zeigten großartige Moves, einschließlich eines fantastischen Ladder-Figure-8-Leg-Logs. Sowohl Becky als auch Charlotte ertrugen eine unglaubliche Menge an Schmerzen und erzählten eine fantastische Geschichte. Nach 28 brutalen Minuten stand Becky Lynch als letzte wieder auf und war immer noch SmackDown Women's Champion. 4,75 Sterne vom Wrestling Observer. 3. Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa von NXT TakeOver New Orleans. 5 Sterne vom Wrestling Observer gab es für diesen krassen Kampf. Der schockierende Verrat von Ciampa an Gargano bei TakeOver Chicago ebnete den Weg für eine epische Auseinandersetzung, die das WrestleMania-Wochenende überschattete und sich schnell als eines der besten Matches in der modernen WWE-Geschichte etablierte. Ciampa verkörperte die Rolle des Bösewichts in Perfektion. Er klaute Krücken von einem Kind am Ringrand, verspottete seinen früheren Tag-Team-Partner Gargano und nutzte jede Gelegenheit, um seinen ehemals besten Freund zu beleidigen. Gargano antwortete mit Intensität und Aggression, die das Publikum noch nie zuvor bei ihm gesehen hatte. Sein Zorn führte letztendlich zum Sieg. Diese großartige, dramatische Geschichte war ein physisches Match und das Highlight unter vielen großartigen Matches dieser beiden. Deswegen steht es auch stellvertretend hier in dieser Liste für ganz viele tolle Matches, in denen beide auch involviert waren. 2. Walter gegen Tyler Bate von NXT UK Takeover Cardiff. Die Härte und Gewalt von professionellem Wrestling wurde hier auf die Spitze getrieben. Die ansonsten wertlose UK Championship wurde plötzlich zum wertvollsten Preis, als zwei der härtesten Kämpfer im Ring versuchten, sich gegenseitig zu vernichten. Diese brutale Auseinandersetzung von zwei Langzeit-Rivalen wird als eines der besten Matches in der Geschichte des britischen Wrestling in Erinnerung bleiben. Wrestling Observer Rating 5 Sterne. Und die 1. Johnny Gargano gegen Adam Cole. 2 out of 3 Force Match bei NXT Takeover New York. 5 Sterne erneut vom Wrestling Observer. Es war das erste Match zwischen Johnny Gargano und Adam Cole. Ursprünglich sollte Gargano gegen seinen alten Rivalen Champa antreten, aber aufgrund einer Verletzung musste der Blackheart den Titel abgeben. Die Geschichte des Matches drehte sich um den geliebten Babyface Gargano, der nach wiederholten Misserfolgen bei der Titeljagd alles gab. Neben Eingriffen der Undisputed Era gab es mehrere Finisher-Kickouts. Am Ende gewann Gargano das Match in einem epischen Moment. Später wurden die zahlreichen Kickouts von einigen kritisiert. Verständlich, aber es ergab absolut Sinn für die Geschichte, die sie hier erzählten. 5 Sterne vom Wrestling Observer auch hier. Und damit sind wir am Ende dieser Liste. Schreibt rein, welche Matches fehlen. Wir konnten hier nicht alle Klassiker aus diesem Zeitraum mit reinnehmen, denn es waren wirklich viele. Was für eine großartige Wrestling-Zeit das auch war. Rein von der Match-Qualität. Das ist schon beeindruckend. Also, schreibt eure Meinungen in die Comments. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.